foto fachbegriffe kurz und knackig erklärt heute geht es um wie backfokus backfokus heißt halt back zurück ist halt dass der fokuspunkt nicht exakt da sitzt wo er sitzen sollte das heißt wenn ihr mit dem autofokus zum beispiel die spot messung aktiviert dass der autofokus nur auf einen kleinen bereich ansprechen soll und ihr geht ganz gezielt auf einen bestimmten punkt und stellt dann nachher im bild fest dieser punkt ist gar nicht scharf dass die schärfe dahinter liegt und das nennt man halt backfokus ob euer objektiv ein backfokus hat lässt sich ganz einfach feststellen auch ohne große hilfsmittel ihr braucht einen zollstock den legt ihr auf dem boden aus dann stellt ihr die kamera auf ein stativ oder auf einen festen punkt dass sie halt nicht verrutscht ungefähr in einem 45 grad winkel visiert ihr eine zahl an auf diesem zollstock macht mit ganz geöffneter blende im a modus ein bild und guckt denn auf dem bild nach ob der fokus etwas hinter dieser anvisierten zahl liegt dann habt ihr einen backfokus liegt die ende der fokus punkt also der schärfepunkt etwas vor dieser anvisierten zahl dann habt ihr einen frontfokus in den meisten kameras lässt sich dieses im menü durch diese mikro af einstellung beheben